Dammit, da waren meine Finger wohl schneller als ich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Pizza Beast Infinity Evils. Es ist so, dass wir jetzt drei Folgen quasi übersprungen haben. Aus dem einfachen Grund, YouTube und ich werden keine guten Freunde. Oh ja, nein, ich habe gestern in mühevoller Kleinarbeit drei Folgen aufgenommen. War auch total froh, endlich drei Folgen fertig gemacht zu haben, um am Wochenende ein bisschen entspannen zu können. Ja, erste Folge hochgeladen, YouTube so Lizenzmusik drinne, bla bla bla, wo ich mir denke, Leute, ich habe bei YouTube extra geguckt, ob das lizenzfreie Musik ist und das ist lizenzfreie Musik. Ich bin aber ehrlich, ich habe jetzt keinen Bock. Ich hatte jetzt erst die Idee, die Videos laufen zu lassen und das dann nochmal neu zu kommentieren. Dann dachte ich mir aber, ey, ich habe in den drei Folgen, habe ich mir meinen Hammer gemacht, habe so ein bisschen, den Hammer, die Axt gemacht, habe die so ein bisschen erklärt. Ähm, und ich habe meine Kuhfarm gemacht. Ansonsten habe ich einen Spaziergang nach hier oben gemacht. Und das war es dann auch schon, also dafür brauche ich drei Folgen hier. Und ich habe den Boden hier gemacht, wie ihr seht. Perfekt. Und dachte mir jetzt einfach, komm, scheiß drauf. Machst einfach weitere Folgen, kommst so ein bisschen weiter voran in dem Spiel. Wird schon schief hin. Tut mir auch echt leid, ich finde das selber ein bisschen sehr kontraproduktiv, aber YouTube meint halt, das muss so sein. Ich habe mir einen Tank gebaut. Und ich habe eine Enderpumpe, ach eine Enderpumpe, Quatsch, eine Pumpe in Neta aufgestellt. Damit ich erstmal en masse Lava pumpen kann. Das war jetzt so erstmal das elementar Wichtigste, was ich getan habe in den letzten drei Folgen, die sich auf, ich glaube, 45 oder 50 Minuten streckten. Und ich habe mich darüber beschwert, dass hier erwachsen steht. Hier jetzt nicht, aber hier. Erwachsen. Ich meine, warum schreibt man hier einfach reif dahin? Nein, man schreibt erwachsen. Das geht gar nicht. Ich kotze mich mega an, aber gut. Ne, da könnte ich mich immer noch drüber aufreden. Erwachsen. Da mache ich mein ganz vorsichtig, aber zartes. Erwachsen. Oh, ich bin erwachsen. Du kannst mich jetzt ernten. Genau. Dann werde ich jetzt in meinen Videos auch vorerst mal keine Musik laufen lassen, bis ich irgendwie eine Variante gefunden habe, die mir gefällt und ich nicht jedes Mal mit Lizenzproblemen kämpfen muss. Es gibt auch eine schöne Seite, wo man 10 Euro monatlich zahlt und dann haben die halt Musikclips, die man benutzen kann. Muss ich aber ehrlich gestehen... Nee, nicht so. Das ist jetzt nicht so mein großes Favorite. Genau. Wollte mal was testen. Das ist geil. Das ist echt geil. Das ist schon wieder so geil. Das ich es wirklich ziemlich cool finde. Ach ne, ich muss ja hier die Seeds nehmen. Seeds. Und ich habe oben ein kleines Holzlager gebaut. Wirklich nur ein winzig winzig kleines. Hier kommen dann in dem Fall die Seeds rein. Ach genau, und ich habe ein paar Bäume besorgt. Also ein paar... Ähm... Eukalyptus, japanischer Blüten... Japanisches... Blütenkirschbaum oder wie auch immer der Bumster heißt. Kirschholzer. Äh... Großholz, Stamm und Birke. Die heißt Birke. Mit R. Birke. Und mit nem K. So, wir gucken mal was unser... Steinbruch gerade macht. Ähm die. Ähm die. Da sind schon ein paar Monsters so unten. Hallo Kupa. Und... Kohle nehmen wir mit. Ähm genau, jetzt müssen wir immer nach oben. So, dann können wir hier Kupa. Und den schmeißen wir hier hinten dran. Warten wir bis der gerade voll ist. Entschuldigung, erwarte wir eine Folge ohne Gähnen. Muss gleich wieder zum Nachtdienst. Könnte mal das Haus weiter ausbauen. Ich weiß, das habe ich öfter schon geplant. Dann bauen wir mal ein zweites Bett. Einfach, weil wir was können. So, haben wir Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Wir haben keine Wolle. Wieso das eigentlich ist? 9, 18, 27. 27. 27. 3 Wolle Ah, jetzt habe ich vergessen Sieht nicht gerade eben noch Holz in der Tasche? Das ist verwirrend Sehr verwirrend Ach, quatsch Was mag ich denn da? Damit hätten wir Bett Nr. 2 Verrückt Das Bett zeigt mir an, dass es rot ist Stelle ich es hin Ein Fall für Galileo Mystery Eindeutig Hier habe ich irgendwie gedacht Das ME System rein zu kloppen Hier schön das ME System Man könnte aber auch reingehen Und dann innen drin Aber dazu bräuchte ich erstmal diese netten Steinchen Fürs ME System So Brauche ich diesen geladenen Zertus Quartz Zwei Stück Das war ja jetzt besonders clever So Brauche ich mal weiter ab Hier schießt mich nichts ab Hälfte hat er schon Grausam Bitte Olivia Ich mach mal Das ist ein bisschen doof Muss ich ehrlich hier stehen Dann komm ich näher an die Sachen die ich brauche Grausamer Mist Ist das schon leer? Schon wieder leer Wir nehmen das mit Uli Der Rest kann erstmal drin sein Den brauche ich später eventuell Oder auch nicht Kann ich die Kühe schon wieder füttern? Keine 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 Perfekt Hm Ich überlege gerade was ich hier alles hinbauen kann Ohne die Beschaffenheit des Erstmal könnte ich die ganzen Bäume hier alle wegnehmen Das ist meine Aufgabe die können wir jetzt machen Dann würde ich sagen nehmen wir bis hierhin alle Bäumchen weg Dann haben wir nämlich die Beschaffenheit der Insel besser im Blick Ein Bäumchen können wir im Endeffekt nochmal hinpflanzen Aber jetzt erstmal Mal gucken wie das ohne Bäumchen geht So sieht doch schon mal ganz schick aus Wow da war ein riesen Loch Ich muss echt ein bisschen mehr reden Gerade wenn die Musik aus ist Das ist so ein bisschen Ich finde das ist ein bisschen crazy Weil du hast So Du bist halt sonst Also ich persönlich bin ja ein relativ schweigsamer Mensch Aber Ich bin halt so ein bisschen Ich tu mich damit ein bisschen schwer Meine Schwester Die auch einen YouTube Kanal hat Den ich mal langsam hier echt verlinken sollte Gibt mir immer Tipps Und meint so mach mal das und das Bereit dir mal Fragen vor Da stellt sich mir aber die Frage Was für Fragen soll ich mir vorbereiten Ich finde zu zweit zocken macht immer ein bisschen mehr Laune als immer alleine Also so eine Let's Play Reihe kannst du mal nicht eben immer zu zweit machen Außerdem müsste ich mir dann Server besorgen Da hätte ich keinen Bock drauf So Jetzt haben wir schon mal ein Großteil der Bäumchen hier weg gemacht Keine Sorge ich bin nur im Spiel so In real life bin ich für Wälder Da bin ich pro Wälder Nicht Anti Wälder Pro Wälder So Dann würde ich mal spontan sagen Als allererste Werden wir mal hier Unsere neu gewonnenen Sachen alle reinwerfen In den anderen drei Videos habe ich mich auch In zwei Minuten darüber aufgeregt Dass der die nicht so sortiert wie ich es gerne hätte So Perfekt Weg Weg So Jetzt haben wir ja die Beschaffenheit Also jetzt sehen wir immerhin schon mal wie es aussehen könnte Immer dieses du kannst nur nachts schlafen Ey es ist stockdunkel draußen wirklich also im Spiel Und es geht nicht So wir haben hier eine Schlucht Ich suche die ganze Zeit eine Schlucht Und wo haben wir eine? Hier Das ist doch grausam Echt Wie viel Dreck habe ich in den Taschen? Zu wenig Ich habe ein Glas voll Dreck Ich habe ein Glas voll Dreck Dann bauen wir uns mal Ich glaube das was ich suche sehe ich gerade schon Und das wäre natürlich ein riesen Luxus Wenn es genau das sein sollte was ich suche Immer dieser Sand In dem Fall ist es ja Erde Aber jetzt haben wir immerhin hier schon mal Zack Oh Oh Mann Mach das mal hier kaputt Na das war jetzt eigentlich nicht geplant Aber gut Gehen wir mal nicht auf den Sack Ich hatte gerade kurz schon so ein bisschen Herzinfarkt-Feeling Wo habe ich denn jetzt die komischen Dinger hier sehen? Ach die waren da etwas tiefer Hier und dann ein Ja Na klar Ich wollte euch mal zeigen wie man es nicht macht Immer noch keinen geladenen Ich will doch nur einen geladenen haben Der Rest ist mir doch vollkommen bumper Wie viel habe ich hier? Wie viel habe ich hier? Zack Zack Super Was denn alles keine geladenen? Ach Nicht verbrennen hier Zettos Quarz Zettos Quarz Mann Ey Das ist ja echt Das ist so typisch in dem Spiel Was mich so nervt Man braucht eine bestimmte Sache Und findet die bestimmt erst Wenn man es nicht erwartet Ich meine es ist ja immer so Egal was man macht Aber das nervt mich gerade Das kränkt mich Ich wollte den gerade schon angreifen Aber ich bin froh Dass ich es nicht getan habe Ich habe zwar nachgeboxt Aber ich habe ihn nicht getroffen So ja Schön Hat aber nie so viel gebracht Weil das was ich hauptsächlich suchte Ist nicht da Ich muss jetzt gucken Wie ich hier irgendwie wieder hochkomme Oh Zack 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 Und da So Ey Ich springe da hoch Er hackt Hier könnte man auch Ziemlich klares Glas drüber hauen Aber dann müsste ich hier Irgendwas Großes drauf bauen Das ist anstrengend Das ist doch Gut Aber das ist vielleicht Nüter Moment Um die Folge zu beenden Wenn ich mir noch unschlüssig bin Was ich hier hinbauen kann Möchte Wild tun werde So Obwohl tun ist da Das Falsche Tun ist da Der falsche Begriff Vielleicht kann ich auch Den Kuhstein Ein bisschen größer machen Oh Mein Nasentunnel Tut weh Gesichtskirmus In die Kamera So Ich würde spontan sagen Wenn es euch gefallen hat Dammit Da war mein Finger wohl schneller als ich Mist Egal Ihr kennt ja diesen Quatsch Liken Abo Wie auch immer Wenn es euch gefallen hat Lasst Kommentare da Wir sehen uns